Ah, hier ist ein Lüftungsschacht. Wollen wir da mal rein? Jetzt bin ich vom Hauptgebäude. Ich hoffe mal, das ist richtig. Auch immer, dass ich jetzt hier rauskomme. Nein, nein, jetzt geht es nicht hier lang. Lass mich speichern. Okay, dann geht es halt nicht hier lang. Warum kam es gerade überhaupt da raus? Lass mich speichern. Dankeschön. Geht es halt nicht hier lang. Ich gehe mal zurück. Ah, blöder Typ. Gehe ich automatisch wieder runter, oder? Ja, ich gehe automatisch wieder runter. Gut. Wäre echt mies gewesen, wenn das jetzt nicht so gewesen wäre. Okay, kann ich da weiter, oder was? Den engen, dunklen Gang. Wie ich die Steuerung liebe, so kann ich. Oh, schön. So, nun dürfte alles platt sein. Femms. Ja, das war's. Außer der Beta-Zauber ist echt nicht schlecht. Ist richtig geil. Du, 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 du. So. Nein, kann ich nicht ran. Wunderbar. Hä? Okay, warum kam ich jetzt gerade nicht richtig zurück? Okay, dann gehen wir doch rechts rum. Der eine Typ ist weg. Juhu, noch eine Wand. Hä? Ja. Super. Muss ich da noch ein bisschen weiter zurück, dass ich... Ah, hier hinten falsch gegangen bin. Da-di-tam. Es ist auch toll, dass man so... Da... ...so tolle Hinweise gekriegt hat. Nämlich... Null. Oh. Oder hier ist irgendwo ein Schild, was ich nicht gesehen habe. Tada. Genau. Ja. Ja. Gut. Es ist nicht möglich. Ist das dein Ernst? Äh... Ist das... Was zur Hölle ist das? Ähm... Ja. Oh Gott. Da sind sie. Das ist also wirklich... Ja, sind sie wirklich gekommen? Ba-ba-ba-ba-ba. Ja, das sieht etwas seltsam aus. Ihr habt uns bis jetzt wirklich... ...wie die letzten Dreck... ...ja, wie den letzten Dreck... Ihr habt eine Menge meiner Cross-Bahn-Soldaten getötet. Boah. Jetzt wollen wir mal... ...sehen, was ihr gegen die Anti-Weapon-Artillerie ausrichtet. Ihr seid wertlos, aber auf meine stolze Kreation ist Verlass... Hä? Okay... Was zum Teufel? Ein gigantischer Kampfroboter. Ich werde euch die zerstörerische Kraft des stolzen Trottels zeigen... Was zum Teufel? Okay, Bosskampf gegen ein... ... äh... Roboter-Anti-Anti-Weapon-Weapon oder was? So, aber wir fangen an mit... ... großer Wache. Ähm... Dann könnten wir... ... eine Regenerations-Zauber brauchen, weil ich weiß jetzt nicht, ob der dabei ist. Und das Ding ist... ... hoffentlich anfällig gegen sowas. Und gegen Konter. Wunderbar. Ultima! Ähm... Bio wird nicht viel helfen, greifen wir einfach an. Jetzt gleich brauche ich die große Wache nochmal. Und zwar vom Cloud. Große Wache. Bili läuft jetzt aus. Genau. Ah, jetzt ist er ausgelaufen. Handlaser, aber super. Ah... Das macht... ... Billig-Schaden-Ultima. Raus zur Wache. Raus zur Wache. Ähm... ... da-dam-da-dam-da-dam-da-dam-da-dam. Oh... Kannst grad mal nix tiefer. Ich weiß nicht, was ich da angreifen soll. Ultima! Gomet! Gomet! Ah, Yuffie macht... ... Ultima! Dum-da-dum! Du kannst mal ne große Wache raushauen. Dum-da-dum! Okay, das macht nicht wirklich viel Schaden. Ich sollte auch was anderes umschwenken bei ihm. Ähm... Null-thema! Ah... Jetzt hab ich mich bei ihm mal auf... ...verfüllen zum Bahamut. Dann mach mal ein Bahamut. Bahamut! Ähm... Der wirklich Schaden macht der trotzdem nicht. Du kannst eigentlich mal... Bahamut. Null. Große Wache! Blablabla! Yay! Mega-Flamme! Willst du einen? Ja, ich hab's einen gekriegt. Wunderbar! Dann kann ich jetzt... ...mich ein bisschen zurücklehnen. Und die Beschwörungs-Show genießen. Bahamut! Dann zeig mal, was du drauf hast. Und Feuer! Rhymes! Okay, ich hab keiner um wieviel Schaden... ...dass jetzt war das Lachen nämlich übereinander. Aber es hatte ne 4 am Anfang. Terra-Flamme! Kann schon wieder zaubern. Aber ich kann nichts machen. Schön. Da-da-da! Ich hab' ich noch mal Bahamut. Ja, ich kann noch mal Bahamut rufen. Dann machen wir das gleich. Ich kann sogar noch zweimal rufen. Da-da-dam-dam! Da-da-dam! 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 Da kommt er ja! Bahamut Null! Ich weiß gar nicht, ist das die stärkste Beschwörung? Oder gibt's noch was besseres? Wär übel, wenn's was besseres geben würde, weil der macht richtig übel Schaden. da-dam-dam-dam. Da-dam-dam-dam! Und Feuer free. So! Ja, da-dam-dam, da kommt er! Zum Und das macht Auch das eine Teil ist kaputt Macht aber massig Schaden Äh, Yuffie kann mal Ja, sie kann noch mal Nein, kann sie nicht Aber sie kann Neobaharmut rufen Haha Regina Und haben wir zu hoch Und du kannst Große Wache machen Der Kampf dauert gar nicht lange Weil ich ihr Aufrufe spamme Wie ein Blöder Was heißt Aufruf ist jetzt der Dritte Aufruf Er macht trotzdem Schaden Hoffe ich Satt 4000 Reicht 4200 Ja, ist okay Da kann man normal angreifen Vielleicht sieht man den Typen jetzt auch mal ein bisschen besser als jetzt in einer anderen Beleuchtung quasi Ja, da kann man den Robter richtig gut sehen Ganz ehrlich, ich finde der sieht ein bisschen Ja, ein bisschen besser aus eigentlich als der Neobaharmut Finde ich Naja Geschmackssache Also der Baharmut 0 So Weg mit dir Könntest du endlich mal verrecken Was zum Teufel Komm Komm, machen wir mal Den dürfte jetzt langsam aber sicher So Was machen wir mal wieder Kann doch nicht mehr viel sein Ja, das macht unglaublich viel Schaden Knie, Feuer Das macht auch unheimlich viel Sinn Welter, wieviel Lebenspunkte hat der Das ist irgendwie nützlichen Zauber Machen wir hier Feuer 3 Zauber Was nicht mein Ding ist Greif an Was hat hier viel denn noch Beben Beben 3 Komm Verbanden wir mal ein bisschen An unseren letzten Punkten Feuer 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 macht Scheiß Schaden Machen wir wieder drauf Angriff Und B macht Bis kein mehr Schaden Macht das was Oh Baharmut hat in der Luft Giftzeit Phönix Yeah Ragnarok Cool Ich hoffe das ist ne Waffe Ja Nicht das Das ist der stolze Trotze Boah Boah Okay Er fündigt Mitten samt den beiden Vollidioten in die Luft Super Noch zwei weniger Ganz echt die Todesliste in diesem Spiel ist verdammt lang So Objekte Gucken wir mal kurz mal was ist denn das Ding ist echt Oh ein Schwerd für Cloud So Gucken wir mal Ja Das gefällt mir Das finde ich schön Sonsten Brauche ich nichts ändern Eigentlich So Was machen wir Aber erstmal hier ein bisschen Highlight Ist ja furchtbar Wieso habe ich die Dinger denn So Lebenshaltung brauche ich nicht unbedingt Ich hoffe mal das Ist hier oben weiter Hier sind Kisten Dicks hier Schön Und Was ist Mystil Ob Ob Mystil ist ein Arm Ach Hive Vier Slots Bessere Magieverteidigung Ist halt etwa Ähm Besser als Denens Ich geb sie Ja Tiefer Brasil Dann haben Die beiden schönen neue Waffen Ist nur die Frage Ist Ragnarök Äh Das beste Schwert von Cloud Ich glaube zwar fast nicht Aber Es könnte her sein Irgendwo ich jetzt eigentlich dran Knapp ne Stunde Also minus Den Sachen die ich rausgeschnitten hab Von wegen Der Leck am Anfang Also der extreme Leck am Anfang Den ich direkt in den ersten paar Minuten hatte Was jetzt schon wieder einige Folgen her sein Dürfte Warum ist der da oben Was jetzt Ich Ja Ich Vielen Dank.